Es wird es schwierig, es wird es schwierig, alles, was ich gesehen habe, es wird es schwierig, die ersten, die zweite und die zweite. Gestern hat mir ein bisschen die Schokolade gefehlt, also die Schokolade gefehlt, die ich probieren kann und ich hoffe wirklich, dass ich heute jetzt auf meine Kassen komme und richtig viele Pralinen, Schokolade-Desserts und Schokolade-Cakes probieren kann. Ich habe eine Art von der Pâtisse, die Schokolade, mehr als ein Pâtissier, ich sehe die Vitrinnen als ob ich ein klienter. Jeder Mal du denkst, was man noch etwas anderes придумer, was man auszudrücken kann aus Schokolade. Und jeder Mal du denkst. Ich denke, dass ich neue Texte, neue Farben, neue Beispiele. Ich denke, dass es viele Leute, die Schokolade Party, jes Alex, sehr inspirieren, die in der Schokolade, viel zu spät. Deswegen haben wir die Schokolade, die Schokolade Party, und die Schokolade Party, auch die Kanada Party, die Schokolade Party auch nicht. Ich denke, das macht mehr Schokolade. Ich glaube, dass der Kandidat, der viel Glück ist, Die Chance zu gewinnen, diese Jahrzehnte World Chocolate Master, ist der Norgekandidat.